Ich wäre dann soweit Ja wir können aber halt noch nicht drauf ich habe zu denen gesagt Die haben mir gerade beide geschrieben und schon aufgeregt Ja, sie kommen! Oh Gott Hey, oh meine lieben Cups, willkommen zu diesem neuen Video zu Barro 8 Also Barro 4 oder 8 Mit dem Latterstar Wir haben heute jetzt nen Fight Und ja, mal schauen Wir müssen jetzt erstmal noch auf den Server Ich würde sagen wir joinen vielleicht das letzte Mal In 3, 2, 1 1 Und du bist drauf und bei mir lädt's noch Och es ist wieder Tag, ach wie schön Oh da hatten wir ja Glück Also die letzte Folge ist ja jetzt ne Viertelstunde her Da sind sie auch schon Ja Okay, ich würde sagen wir laufen jetzt zu den Koordinaten hin Ja Ich muss noch kurz mal was Ja ich kann laufen Minus 250 Kommst du? Ähm, ja Achso du kannst doch nicht laufen, oder? Doch ich kann schon laufen, ich hab nur kurz mein Inventar noch sortiert Ähm, mach mal wenn du Koordinaten an hast, muss ich sie ja nicht anmachen Nö, dann mach ich sie an, musste mir aber jetzt folgen Ja Bist du dabei? Ja Ja Warte wir laufen eben grad falsch Was jetzt? Ja Ähm, Vorsicht spinne Da in die Richtung wo du jetzt lauf passt Ja Ja Ja, ja Ich weiß nicht Oh Gott Was? Es war so klar Ja Das war so klar, dass sie jetzt kommen Ja Es war so klar, vor allem hat er vorher noch ewig mit mir diskutiert Das ist richtig scheiße, ich hab gesagt, er soll nicht scheuen Das ist wirklich richtig packe Wieso ist das unfair? So assi, Alter Das ist die beste Ja Ja, weil ich grad übersteuere, weil ich mich grad so aufrege Wenn die uns jetzt tüten, das ist so unfair Wieso ist das unfair? Das sind die solche Spaß, ne? Weil ich extra noch gesagt sollen sollen Wir laufen grad in die komplett falsche Richtung Was? Ich kann nicht Ich hab kein Hast du Essen? Ich hab nämlich, ich kann nicht mehr Sprinten Ja, dann hör halt mal auf zu sprinten, Rad Ja, wir müssen aber schnell da hinkommen Ist die Hälfte von Ne, nicht ganz die Hälfte von dem, wo ich noch hab Ich hab noch 5 jetzt Also komm mit Wir sprinten schon, dann sind wir schneller da Das bringt sich klar Können wir nicht die Schwierigkeitsstufe noch mal kurz an? Oh, warte da nicht runter springen Da nicht runter springen Lauf hier runter lieber Oh, da ist Wasser, du kannst doch runter springen Juhu Okay, wir müssen jetzt einmal diesen Wald durch quer Okay, wir müssen jetzt einmal diese Wald durchqueren Ey, das ist wieder ja genau deswegen laufe ich ja auch richtig ja wir sind gerade erst in die falsche richtung ich weiß die koordinaten leider gerade nicht von der mit dessen kann ich sagen so auf minus 250 sind wir hier jetzt müssen wir nur noch in die richtung so hier zu 250 bis dabei abdecken ja wo hat er ist am sporen warte war ja warte ich laufe noch nie vor zum wasser wollen wir schon was lieben okay ich bin vorne am wasser ich könnte vielleicht noch mein essen woanders hin tun wir haben jetzt echt nicht mehr viel jetzt ist man nur noch zu minus irgendwie dumm ich finde ich bin irgendwie dumm minus 250 ist hierhin wir sind schon viel zu weit gelaufen angeblich noch 100 blöcke jetzt geht wieder die zahl dazu los jetzt laufen jetzt laufen wir mal hinterher hier lang was war es jetzt warte mal was war mal plus oder minus 250 am schluss erst am schluss am schluss plus 200 dann sind wir hier richtig sein ja 10 blöcke sind wir dann eben aber in welche richtung 10 blöcke hier jetzt hier müsste an die mitte sein ich hätte es die richtigen koordinaten hast ja 500 blöcke jetzt muss ich selber mal gucken dann in wo bist du hin ich steh neben dir in die richtung müssen wir dann jetzt nehmen ach man halt ne falsch ich bin ich bin auch schon blöd in die richtung einfach immer geradeaus da ist es ich glaube ich schon die mitte ich antworte jetzt mal nix 150 hammer gleich oder ich zumindest ich glaube da ist schon die mitte ja ich mitte da ist ein kreuz ja wo bist du ähm wollen wir gleich drauf oder ja das kann man mit ob fail ich habe nichts mehr zu essen ich habe noch ein flach kommen die gibst du mir gibst gib mir das essen gib mir das essen gib mir das essen ja sie kommen oh gott nein oh gott mit nein ich bin aus ich bin aus als ob nein und das war jetzt gerade bei mir auch noch so ein dummer tot nein aber die ganzen zeit die koordinaten auf nein das war nicht mal ein richtiger kampf es war nicht mal ein kampf aber diese folge war mal wieder so schrott aber leute wir hoffen euch hat es trotzdem gefreut äh gefreut euch hat das ganze projekt hoffen wir dass es euch falsch äh falsch freut das alter ich glaube man hat durch das mikro weil ich das jetzt einmal herz habe halt gerade mit ja oh wir hoffen auf jeden fall das projekt hat euch trotzdem gefallen und ja das war es von unserer seite jetzt mit baro 5 und wir sind mal kurz ehrlich und zwar schon klar dass wir keine chance gegen sie haben aber wir haben halt gedacht wir probieren es aber ich finde das projekt ging jetzt auch für das erste projekt das wir gemacht haben ja das erste projekt war es nicht aber das erste pvp-projekt ja pvp-projekt und ich finde dass wir das jetzt auch ein bisschen gut gemeistert haben ja äh ja wir hätten am anfang erfahren müssen weil wir haben die ersten paar folgen nur verblödelt und dann waren die internetprobleme aber ich werde auf jeden fall jetzt gleich im anschluss nochmal ein video dazu aufnehmen wo ich nochmal über das projekt spreche ja das war es von unserer seite jetzt mit baro 5 jb als jb Bis zum nächsten Mal.